Willkommen zu Behind the Frame, ein sehr, sehr tolles Game, das ich auf Steam entdeckt habe, mit sehr guter Bewertung, sehr guten Rezensionen. Was die Leute geschrieben haben, hat mich sehr abgeholt und deswegen würde ich sagen, gehen wir einmal rein in dieses wundervolle Game. Mit dabei habe ich im Schlepptau meine Live-Chat, der euch Hallo sagt, deswegen kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv slash luderstrich live und lasst uns doch mal dieses wunderbare Game ein bisschen genießen. Ich würde sagen, wir drücken einmal, um zu starten. Das ist schon mal sehr schön gemacht. So, wir machen einmal einfach ein neues Spiel. Ich finde es immer so spannend, wenn man in Spiele frisch reingeht und noch nicht weiß, was einer wartet. Oh, es ist cute gemacht. Okay. Wo habe ich meinen Entwurf gelb, meinen Entwurf wurf gelb verwendet? So, der endgültige Entwurf des Bildes, das ich an die Ausstellung in New York schicken werde. Hoffentlich werde ich genommen. Oh Gott, ich musste damals auch für meine, das war ja so ein Pain. Ich musste damals für mein Studium, da musste man sich bewerben mit einer riesen Mappe, also mit riesen Bildern. Ich glaube, es müssen insgesamt 30 Bilder sein. Es musste eine Geschichte haben, in roten Farben. Es musste alles irgendwie Sinn ergeben. Und dann musste ich noch sechs Stunden in eine Aufnahmeprüfung. Das war hart, ey. Oh, es ist cute. Oh, ey. Ich denke mir immer, eigentlich müsste man wieder mehr malen und mehr in die Richtung machen. Und man macht es einfach nicht. Ich muss es, glaube ich, echt mal wieder machen. Schön. Sehr gut. Okay. Und jetzt muss ich weitermalen. Erst muss ich das wahrscheinlich nachgucken, ne? Das war dann blau. Oder haben wir hier gerade ein ganz anderes Bild? Gelb. Ich liebe diese sonnige, leuchtende Farbe. Entwurf für meine Arbeit für die Galerie. Okay, aber muss ich nicht... Ah, da oben war noch was, oder? Oder muss ich das jetzt einfach alles komplett gelb malen? Nein. Ich glaube, ich muss da einfach nochmal weitermalen, ne? Ich muss mich einfach trauen. Ah, das muss auch gelb sein. Ernsthaft? Okay, ich mache einfach, was sie sagt. So, wunderschön. Mir fehlt die Farbe für diesen Bereich. Ich sollte mich vorher um den Rest des Bildes kümmern. Ach, da unten geht es noch weiter. Huch. So. Ich muss vorsichtiger sein. Dieser Bereich ist fertig. Diesen Bereich habe ich schon fertig. Jetzt machen wir den. Ich habe die richtige Farbe nicht. Das sollte mich vor allem in einem anderen Bereich kümmern. Ah, das soll auch noch gelb werden. Okay, let's go. Ich vertraue ihr. Ich mache einfach mal. Beautiful. Sehr gut. Und jetzt wahrscheinlich noch das. Das ist es. Ist es süß gemacht. Das ist ja voll cute gemacht. Das ist ja voll cute gemacht. Ein Schritt näher an der Ausstellung. Das ist ja voll cute gemacht. Ein alter Pinsel. Ein häufig benutzer Pinsel. Er leuchtet schon in allen Farben, leistet aber noch ausgezeichnete Dienste. Oh, ist das süß. Oh, das ist ja mega cute, das Game. Oh, ist das süß. Das ist richtig cute. Können wir das mir hier alles anschauen? Hm. Soll ich etwas Musik anmachen, um die Stimmung aufzuheben? Ja, bitte. Ja. Oh ja. So, was mache ich jetzt? Jetzt gehen wir zurück, girl. Wobei, ich finde es aber eigentlich... Ich glaube, dieses Lied gibt mir morgens Energie. Das ist ja total cute. Leere Farbdosen mit dicken Schichten eingetrockneter Farbe. So, wir gucken mal weiter. Es ist voll schön, ja, an einem offenen Fenster so zu malen. Es ist einfach nur schön. So, was gibt es hier hinten? Hier sind noch ein paar Sachen zu essen. Mir Zeit, dass ich mir Frühstück mache und Energie für den Tag tanke. Okay, dann lass mal das Egg machen. Bleib. Okay, wunderschön. Muss ich jetzt... Ist das jetzt schon fertig, oder? Ich habe keine Ahnung. Einen Toast hätte ich auch noch gerne. Ah, hier ein Brot. Let's go. Squish. Boah, geil. Oh yes, da hätte ich jetzt Bock. Oh Gott, ja. Oh ja. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Ich liebe es. Ich habe echt schon viele Games gespielt. Aber das gefällt mir sehr gut. Auch die Grafik und alles. Ich mache mir eine Tasse Kaffee, damit ich besser malen kann. Sehr gutes Girl. Das machen wir. So, das muss wahrscheinlich hier oben rein. Ich bin nämlich Kaffee-Expertin. So, dann machen wir einmal den Knopf an. Legen uns hier die Tasse hin. Was ein tolles Spiel. Wenn ich male, sitze ich wie ein Gollum am Tisch. Ja, fühle ich. Oh, wunderschön. Ich mache mir eine Tasse. Der Duft von Kaffee. Mein Lieblingsduft. Hier, to do. Music, breakfast, resume, coffee, paint. Okay, was heißt resume? Gucken wir mal weiter. Was ist da hier? Ein Holzkästchen mit aufgemalten Sonnenblumen. Seit wann ist das hier? Danke, Likey. Okay, kann ich das irgendwie umdrehen? Damit kann ich nichts machen. Aufgemalte. Aber irgendwas kann ich da noch machen später, denke ich mal. Aber jetzt wahrscheinlich noch nicht. Irgendwie wäre das volles gute Horror-Game, wenn es so anfängt, so happy und dann wird es so gruselig. Fußgänger, die an einem Regentag durch die graue Stadt spazieren. Im Bild fehlt aber noch das gewisse etwas. Ich finde das mega nice. Fußgänger. Ich finde das auch cool wie die hier. Ich finde das mega nice. Ich würde es mir zwar nicht aufhängen, weil ich es gruselig finde, aber dream on. Ein Design, mit dem ich einen Preis gewonnen habe. Meine Bilder für die Ausstellung. Ich habe das Gefühl, mich noch mehr anstrengen zu müssen. Ja, das haben wir immer alle. Da ist noch ein Bild. Vater sieht nach der Scheidung jünger aus. Souvenirs von meinen Reisen. Hier sind alle meine Lieblingsromane. Ich entspanne mich und lese nach getaner Arbeit. So. Das ist ja cute hier. Ich kann mich jetzt nicht ausruhen. Und ich muss mich beeilen, um meine Arbeit für die Galerie fertigzustellen. Mein Schlafbereich und Dinge des täglichen Gebrauchs. Der Sessel, auf dem ich normalerweise lese und ein paar Sachen mache. Was ist das hier? Die zwei auf dem Bild scheinen sich nahe zu sein. Ich frage mich, wie sie zueinander stehen. In diesem Zimmer ist es hell genug. Ich muss das Licht einschalten. Nicht das Licht einschalten. Ich werde das Haus nicht verlassen, bis ich mir eine Arbeit getan habe. Oh, die sind cool, die Bilder. Sonnenschein. Ein Plätzchen in der Ecke und guter Kaffee. Hier würde ich gerne einen netten Nachmittag verbringen. Es ist nicht so, dass teilweise in manchen Cafés es jetzt so ist, dass es nicht mehr erlaubt ist, dass man den ganzen Tag vorbeikommt mit seinem Laptop und vor acht bis zehn Stunden im Internetcafé sitzt, deren WLAN verwendet, ein Getränk trinkt oder teilweise gar nichts und dann laut rumtelefoniert und Business macht. Da gab es doch teilweise jetzt Cafés, die das verboten haben. Und das habe ich dann gelesen, weil es war in den Nachrichten und dann hat ein Café in Stuttgart runtergeschrieben. Uns ist das egal, ihr könnt trotzdem bei uns vorbeikommen, dachte ich mir clever. Bestimmt wäre ein Spaziergang durch diesen Lavendelfeld wunderschön. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Mitten in diesem goldenen Weizenfeld steht eine Staffelei. Ich habe auch eine Staffelei. Im Keller. So, dann machen wir mal weiter, würde ich sagen, oder? Was sind noch die Aufgaben? To do's. Zu erledigen. Musik, frühstücken, anschreiben. Viertens Kaffee. Was ist denn mit an? Was muss ich denn anschreiben? Die Broschüre enthält Informationen über die Ausstellung der Galerie in New York. Okay. Ist hier noch irgendwas? Ach so, hier. Um Gottes Willen. Ja. Ja. Ich habe nur die Hälfte meines Anschreibens geschafft. Muss mich jetzt um den Rest kümmern. Okay. Blah, blah. Dear Bob, hope this letter finds you. Right. I'm a graphic designer and illustrator. Art has been my passion all my life. Hope you can consider me as one of your contracted artists next year. Er sagt, hey Bob, ich hoffe, dieser Brief erreicht dich. Ich bin Grafikdesignerin und Illustratorin. Das ist schon meine Leidenschaft seit meinem ganzen Leben. Und ich hoffe, dass du mich aufnimmst. Danke dir. So. Ich habe auf jeden Fall eine Dyskalkulie, denke ich ja. Mich fragt jemand, ob ich in Mathe sehr schwach bin. Ich habe auch Probleme einfach mit logischem Denken. Und das ist auch etwas, was man manchmal in Games merkt. Beziehungsweise, ich habe mittlerweile das Problem, wenn ich wirklich nur für mich spiele, habt ihr ja oft gesagt, ey krass, dass du das Rätsel so schnell gelöst hast. Dadurch, dass das alles so online ist und du dich Leuten so zur Schau stellst, habe ich dann bei manchen Rätseln im Spielen so einen Druck, dass ich denke, ich muss das jetzt schnell lösen. Sonst denken alle, ich bin dumm, dass ich dann gar nichts mehr lösen kann. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn ich einfach konzentriert für mich spiele, bin ich eigentlich in so Rätselsachen und logischen Denken gar nicht so schlecht. Aber manchmal macht mich der Druck einfach so fertig. Dass ich denke, dann sagen wieder alle, ja, die ist dumm, die kann nichts, die nervt. Und das, äh, da kann ich nicht mehr denken, klar. Oh, ist das Game süß. Oh. Guten Morgen, wie geht's Ihnen? Schnauze, sagt er. Dieser alte Mann ignoriert mich immer, aber seine Bilder sind wunderschön. Deswegen male ich jetzt einfach alles ab und veröffentliche es. Die Katze hat sich eingerollt und schläft. Oh, süß. Ey, wenn das mein Pencil könnte, meine Pencilbox. Wunderschön. Die alte Katze des alten Mannes. Oh. So, was gibt's denn hier noch? Malen wir den jetzt? Dieser alte Mann, der immer malt, bemerkt mich anscheinend wirklich nicht. Ich glaub, der hat einfach keinen Bock auf dich, Girl. Beautiful. Der alte von gegenüber, Experte für Landschaften in Öl. Malt die ganze Zeit, ignoriert mich ständig, lebt alleine. Was er wohl für Geschichten zu erzählen hat? Gute Frage. Was für ein wunderschönes Gemälde. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Hängt es nicht bei mir? Oh, das sieht halt wieder richtig hübsch aus. Danke. Süß. So lieb. Die Community ist wieder so lieb. Wir müssen eigentlich auch mal wieder Malstreams machen. Mit meiner Staffelei. So ein bisschen was Kreatives. So ab und zu. Eines der Bilder des alten Mannes. Ich habe ein ähnliches in meinem Zimmer gesehen. Schade, dass das Spiel nicht andeutet, wie man richtig skizziert. Das wäre leicht umzusetzen. Stimmt, das wäre geil gewesen. Gefunden. Das ist das ähnliche Bild. Aber was genau ist anders? Die Sonne. Oh nein. Oh nein. Die Sonne, ne? Ja. Hinter dem Bild hat sich gerade etwas geöffnet. Was? Eine kleine Inspiration durch Sonnenblumen. Oh, süß. Ah, das ist doch das, was wir hier bei uns rumliegen haben. Oh, cute. Kann man die Teile zusammensetzen? Ah, dunkel, 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 dunkel. Ich habe dieses Motiv schon mal in meinem Zimmer gesehen. Oh, das ist ja voll süß gemacht, Mann. Scheiße, ich lieb's. Was ist denn das? Bedeutet das Muster mit dem Kästchen was? Ach, hier tauchen immer Rätsel auf. Bestimmt ist es so, dass ich mit dem Mann da drüben irgendwie connected bin, oder? Der alte Mann ist immer noch auf sein Bild konzentriert. Ich muss auch mein Bestes geben. Ach, das ist süß. Das ist dasselbe Motiv. Das ist dunkel, das ist dunkel. Das muss ich dunkel machen. Das, das, das. Und das. Klick. Grüne Farbe, die Lieblingsfarbe der Natur. Sie präsentiert die Wiedergeburt allen Lebens. Ist das so? Ich habe die Farbe gefunden. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Ist halt voll demotivierend, wenn du so einen übelsten Tryhard neben dir wohnen hast, der die Bilder nochmal viel geiler malt. So, ein Schritt näher zur Ausstellung. Wunderbar. Ich liebe das Bild. So, wir machen jetzt ein auf Bob Ross. Nee, das ist es, glaube ich, nicht. Aber woher weiß ich denn, was ich denn einmal einfärben muss? Sehr schön. Nur weiter so. Ach so, das muss noch. So, wunderschön. Aber ich liebe das, dass das so animiert ist. Können wir bitte so ein komplettes Spiel mehrere Stunden machen? Das ist ja übel cute. In deinem Buch steht das. Ach so. Ich kriege wieder richtig Bock zu malen. Wusstet ihr, dass ich richtig gut malen kann? Er blinzelt. Geblendet von der Nachmittagssonne und bemerkt das Mädchen auf der anderen Straßenseite. Na, endlich. Oh. Er blinzelt, geblendet. Ach so, jetzt bin ich er. Ach, wie witzig. First my pencil box. Ein leeres Blatt. Zeichenpapier. So. Oh, wow. Mit einem Pinselstrichen hüllt er das Feld in warmes Sonnenlicht ein. Wow. Krass. Voll gut gemalt. Jetzt will ich gar nicht mehr zurück. Voll schön. Okay. Was gibt es denn noch so? Fangen wir uns mal um. Jetzt bin ich nämlich bei ihm in der Wohnung. Da ist die Katze. Eine weiße Katze mit orangenfarbenen Flecken streckt sich. Die Zeit scheint in diesem Moment still zu stehen. Oh. Mal, ist das süß. Auf der Leinwand des Mädchens. Ach so, ich schaue rüber zu ihr und jetzt male ich das nach. Ey, wir klauen ja voll voneinander. Was für Geschichten erzählen diese Gemälde? Aber wir klauen ja voll voneinander. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Das ist ja wie auf YouTube. Das ist ein Fun-Nake-Klau. Oh, ich liebe das Spiel so. Das ist so schön gemacht. Wie geil ist das denn? Das ist so eine coole Art, ein Spiel zu machen. Anscheinend ist etwas in die Farbe getreten. Oh nein, im Zimmer herrscht Chaos. Ja, das stimmt allerdings. Wirklich. Die sind leer. Leere Farbdosen. In dicken Schichten eingetrocknet. Okay. Das ist mal lurken. Das haben wir jetzt gelöst. Wir haben ja das hier noch. Ein Skizzenbuch, das ich häufig verwende. Es enthält nicht wenige Übungsskizzen. Dein Roman, den ich immer wieder vor dem Einschlafen lese. Habe ich eine E-Mail bekommen? Das Zimmer ist voller Spuren. Vielleicht von einer Katze. Oh, ja, I see. Der Kassettenspieler wurde umgeworfen. Ich stelle ihn auf. Oder ist ja was. Schon wieder ein Rätsel. Ja, das ist ein Rätsel. Machen wir nochmal die Mucke rein. Die war gut. Die hat gerockt. Oh nein, die ist kaputt. Ah, funktioniert noch. Geil. Sie gefällt mir. Okay, wo sind denn noch? Oh mein Gott, diese Kackkatze. Oh, da ist noch ein Stück Papier. Okay. So, let's go. Geht nicht mehr viel. Oh, da können wir noch einen Toastbräu machen. Yes, ich mache nochmal ein Ei. Ja, ich bin ein wenig hungrig. Ja, jeden Tag das Gleiche. Geil. Bam. So, rohes Ei. Es gibt nichts Besseres. Slay. Moment mal, ist hier gerade ein Schatten vorbeigehuscht? Aber wo? Oh ja, hier. Was ist denn das? Im Notizbuch halte ich meine Gedanken und Reisenotizen fest. Hier ist doch was. Noch ein Stück. Plupp. So, ich versuche die Teile zusammenzufügen. Mein gestriger Entwurf ist weg und kann nicht wiederhergestellt werden. Muss wohl nochmal einmal von vorne anfangen. Hier, Barb. Ich hoffe, dieser Brief erreicht dich. Ich schreibe einfach wieder die gleiche Kacke und hoffe, dass du mich annimmst. So, Saving. Mei, mei, mei. Ich glaube, da bin ich letztes Mal stehen geblieben. Den Rest mache ich morgen. So, die Katze. Ey. Kann doch nicht wahr sein, dass sie mich so verarscht. Oh, da unten ist was. Ein weiterer Teil. So. Ist das ein süßes Spiel, ey. Ach, ich liebe es, wenn Entwickler so kreativ sind und sowas Cooles herstellen. Und wisst ihr, das ist jetzt kein Triple-A-Titel, den man irgendwie auf dem Schirm hat. Aber es gibt so viele tolle Games, wenn sie irgendwie mehr promotet werden würden, würden sie alle spielen. Das ist oft so krass. Auch was es so bei Indie-Games gibt. Wenn die einfach nur ein bisschen mehr Publisher hätten und Kohle hätten, die den Leuten helfen, ihre Spiele an die Menschen zu bringen, würden es noch viel mehr spielen. Ich habe alles zurückgestellt. Gott sei Dank ist der Topf nicht kaputt. So trinkt sie den tollen Kaffee nicht. Oh, da ist sie ja. Die fette Katze. Gott sei Dank. Süß. Ich würde die so squischen, diesen dicken Ass. Oh, ich liebe fette Tiere einfach. Oh mein Gott. Ja. Ach, das ist geil. Boah, wie ich diesen dicken Rücken durchsquischen würde. Ist das lieb. Die Katze ist ohne Verwarnung losgesprungen. Mein Herz hat echt kurz ausgesetzt. Ey, das Bild. Der alte Mann hat wieder ein neues Bild gemalt. Das klaue ich einfach. Das ist die Katze, die in meinem Zimmer alles verwüstet hat. Ich bin froh, dass er es ihnen gezeigt hat. Ja, stimmt. Das wäre cool, wenn man hier so ein bisschen die Skizzen zeigen würde, wie sie das Ganze malt. Dass denen es aber auch nicht juckt, dass ich die Ganze wie so ein Stalker ihn zeichne. Aber wenigstens früher war es noch romantisch. Da wurdest du noch gezeichnet. Heute werden einfach nur Fotos gemacht. Ich hoffe, der Katze geht es gut. Die zwei sehen so süß aus. No, das ist ein schönes Spiel. Keine Lust mehr, mein Zimmer aufzuräumen. Nutz doch diese Coziness und räume parallel in deinem Zimmer auf, während wir da sind. Wir helfen dir. Okay, jetzt haben wir das Bild hier. Okay, okay, okay. Oh yeah. So, was bedeutet das? Ich glaube, ich habe auch diese Zeichnung irgendwo in meinem Zimmer gesehen. Das heißt, der Mann inspiriert mich jetzt. Das war doch hier hinten. Das heißt, ich muss diese Dinger weiß malen. Ah. Oder anklicken. Aha. Oh, ich liebe dieses Spiel so sehr. Ich weiß, ich liebe so Cozy Games einfach. Es ist offen. Oh, rote Farbe. Nachricht von Jay mit Katzen. Ich habe noch eine Nachricht von Jay entdeckt, aber diesmal mit einem Katzenbild. Süß. Was steht denn da drin? Liebe A, erinnerst du dich an die Katze? Sie hat ein Junges gekriegt. Oh nein. Wo habe ich dieses Bild her? Ich weiß es nicht mehr. Hm. Habe ich irgendwie Probleme? Hm. Wie war das? Zeichne mich wie eine französische Mädchen. Der so schön hat geprickelt in meinem Bauchnabel. Ach, geil, Leute. Genau, das wird das wahrscheinlich, wird dann rot. Hier fehlt wohl eine bestimmte Farbe. Ah, okay. Was wird denn da noch rot? Warte mal. Wo habe ich denn dieses Bild eigentlich? Wo sehe ich denn das Bild, was ich hier male? Das ist es. Ach, das ist es. Das ist wie eine Schultasche. Das habe ich überhaupt nicht erkannt, dass es das ist. Um Gottes Willen. Das ist ja super hässlich. Also ich muss es jetzt einfach mal sagen. Das ist super hässlich. Ich würde es mir nicht aufhängen. Aber ist ja egal. Schmecker sind ja unterschiedlich. Ich habe schon über die Hälfte des Bildes geschafft. Weißt du, ich bin echt so ein richtiger Chiller. Ich male jeden Tag einfach nur eine Fläche aus. Wir spät in die Nacht. Das Grafik, die selber da sein, ist so anstrengend. Oh, Illustratoren. Die roten Mauern auf beiden Seiten der Gasse sind voller Plakate und vermissten Katzen. Ach, zwischen die Babykatze. Wo ist doch der Typ auf dem Bild? Der ist pretty hot, actually. Und die süße, dicke Katze guckt nach ihrem Kind. Also wie gesagt, ich habe eine Ausbildung als Grafikdesignerin und habe eine Fachhochschulreife parallel dazu ausgemacht. Und meine Bewerbung sah aus, dass ich drei Monate, ich muss euch mal meine Mappe zeigen, erinnert mich mal dran. Drei Monate lang verzweifelt, ganz viele Bilder gemalt habe, in ganz verschiedenen Stilen, Aquarell, Acryl, Bleistift, alles was geht. Grafik, Typografie, Kalligrafie. Und versucht habe, ein Thema zu finden, was einen roten Faden irgendwie durchzieht durch die Mappe. Und anschließend mir nochmal sechs bis sogar neun Stunden Prüfung geben musste. Das war nicht easy. Und ja, da hätte ich mich gerne auch so jeden Tag eine Fläche ausgemalt und gesagt, Ho, war das anstrengend. Aber es ist ja ein cutes Game, deswegen es passt schon. Er hält inne und sieht zu, wie der orangefarbene Blitz auf ihn zustürmt. Die fette, süße Katze, Mann. Fett. Hey, mein Hund, mein Beagle ist auch so fett und ich liebe es einfach nur. Also fett im Sinne von so fettes Fell. Einfach so geil, den durchzusquischen. Wenn der so da liegt, mache ich so Squish. Die Katze wälzt sich auf den Boden und will gestreichelt werden. Der sorgenvolle Blick des Besitzers entgeht ihr. Oh, ist das ne Love Story hier gerade, die sich hier anbahnt? Könnte das actually eine Love Story sein? Hm. Ja, ich bin Grafik, genau, ich bin Grafikdesignerin. Und deswegen bin ich auch gerade mal in meinem Kalender und bei allen Emotes und allem, was ich mache, immer sehr genau, weil ich habe auch sehr viel Typografie gelernt. Und ich bin immer wieder fasziniert, dass viele das irgendwie nicht lernen, was nicht schlimm ist. Aber Typografie ist super wichtig, dass du einfach verstehst, wie wirkt denn Schrift? Also allein mit Schrift kannst du so geile Dinge designen. Die Mauern sind voller Plakate mit vermissten Kiddies. Die Frau beobachtet lächelnd, wie die von ihr gefundene Katze zu ihrem Besitzer zurückläuft. Oh. Ah, und ach so, sind es die Bilder aus vergangener Zeit. Hier haben sie sich kennengelernt. Ich frage mich, was danach passiert ist. Ach, durch meine Bilder erfahre ich gerade die Vergangenheit von bestimmten Personen, oder? Teurige Mauern. Oh. Oh, schön, jetzt gewittert es auch noch. Oh Gott, ist es gauzy. Ich brauche etwas Musik, um diesem trüben Regenwetter etwas Farbe zu verleihen. Oh Gott, jetzt bringen die auch noch Gewitter rein. Das ist ja genau mein Shit. Oh, let's go. Ich habe vier Katzen. Oh, ich liebe das Prasseln des Regens im Hintergrund zur Musik. Ja, wenn man das Leben noch so genießt, dann ist es wirklich Goals. Dass das Leben so genießt, ist Goals. Wirklich. So, ich esse aber auch jeden Tag das Gleiche, ne? Ich fresse so einen ganzen Hühnerstall am Tag. Egal, Hauptsache es schmeckt. Jem. 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 Ich komme nicht an, würde ich mich dort sofort schriftlich per Post bewerben oder anrufen, weil ich denke, irgendein höheres Wesen verhindert gerade, dass ich mich dort bewerbe. Oh, der Eat-In-A-Day mal richtig langweilig. Jeden Tag das Gleiche, aber auch nur ein Toast und ein Ei, ne? Mehr gibt's nicht. Ich mache mir zuerst eine Tasse Kaffee. Heute regt geht es zum ersten Mal, seit ich hergezogen bin. Das Bild, das er betrachtet, glaube ich, habe das schon mal irgendwo gesehen. Oder bin ich vielleicht irgendwie... Bin ich die Frau in dem Kleid? Ich sah doch voll so aus wie die. Oder er ist das bestimmt. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, was Sache ist. Leute, ich glaube, ich habe... Darf ich noch mal spoilern? Das Bild, das er betrachtet, ich glaube, ich habe es schon irgendwo gesehen. Ich glaube, er ist der alte Mann. Sie ist seine Frau. Sie ist gestorben. Und ich sehe der unfassbar ähnlich, oder nicht? Und er hustet ja auch die ganze Zeit. Das ist voll sad. Oh nein, er hängt an einer Infusion. Der alte Mann ist krank. Na ja, war sicherlich nicht Party machen und muss deswegen eine Infusion tragen. Oh nein, jetzt kommt wieder diese Traurigkeit rein. Sad. Ist er krank? Ist der alte Mann krank? Ist da noch ein Fragezeichen? Sad. Situation. Können wir irgendwo ein neues Rätsel rumliegen? Hm, ich hoffe, meine Bilder eines Tages in New York aufzustellen. Hm. Was ist das denn hier? Ein Foto mit Mutter. Ach, das ist doch das Bild. Ist das... Das ist das Bild, das der alte Mann betrachtet hat. Ah, der rote Regenschirm. Ja, hier ist es richtig. Warum hängen die Bilder von ihm bei mir? Ist das vielleicht die Wohnung von der Frau? Ja. Das reicht doch, oder muss ich noch was rot malen? Äh, hab ich nicht irgendwo noch das Bild? Ah, er hat einen gelben Schirm. Sie gehen in unterschiedliche Richtungen und tragen Regenschirme in verschiedenen Farben. Bemerken Sie sich? Ein Laden, ein gelber Regenschirm und ein grünes Schild. Wieder eine Zeichnung, die mir bekannt vorkommt. Ah, hier. Was genau verbindet das Gemälde des alten Mannes mit der Zeichnung aus der Schublade? Na, hier. Oh. Äh, muss ich das komplett gelb malen? Äh, so. What? Ne, warte mal, lass mal gucken. So, jetzt muss ich schon ein bisschen ordentlicher malen hier, ne? Das geht aber nicht. Also wirklich. Ja. Jetzt ist es vollständiger. Ist das süß. Okay. Und noch die Schirme. Er hat noch den Schirm. Ein riesiges Schild verleiht der Tristenstadt Farbe. Ein Mann mit gelbem Schirm hat darunter Zuflucht gesucht. Straßenszene. Süß. Okay. Wahrscheinlich muss ich das hier auch irgendwo finden. Hier, oder? Das ist übel cute. Ich liebe es. Ich will die Bilder haben. Also komm, einen besseren Schirm gibt's nicht. Oder hat sie jetzt den gelben? Ne. Ach so, hier muss es hin. Ja, schon ganz schön genau das Spiel, ne? Süß. Jetzt ist es vollständiger. Voll das schöne Bild eigentlich will das haben. Okay. Aber da fehlt doch noch was, oder? Die Sonne. Mei. Die scheinen Spaß zu haben, ob sie bemerkt haben, dass der Regen aufgehört hat, als die Sonne rauskam. Liebe Amber, ich hätte nie erwartet, dass wir uns an diesem Regentag unter dem Schild treffen und reden würden, bis die Sonne rauskam. Süß. Was verbindet diese drei Bilder miteinander? Hier. Regentag. Also Schild. Schild, Regentag, Sonne. Das heißt, die Sonne muss doch eigentlich hier hin, oder? Ja, so. Eine riesen Collage. Das ist die richtige Reihenfolge. Gelbe und rote Tassen kommen noch rein. Oh, ist das Spiel süß. Hier ist eine rote. Und hier ist die gelbe. Jetzt. Jetzt frage mich, ob hinter diesen drei Bildern eine Geschichte steckt. Natürlich, Mann. Ich lerne, mache gerade Sport. Süß. Wieso finde ich in letzter Zeit an den merkwürdigsten Orten Bilder und Farben? Ich hätte an ihrer Stelle extrem Angst. Welche Verbindung besteht zwischen dem alten Mann und dem Mann auf dem Bild? Er ist es. Er ist es. Er ist der junge Typ. Der alte Mann und die von Jay verfassten Nachrichten. Wer ist Jay und wer ist der alte Mann? Das ist die Frau. Und die bin entweder ich oder meine Großmutter oder seine Frau halt, die in der Wohnung gelebt hat. Diese Frau in Weiß, Amber, was ist danach mit ihr geschehen? Hm. Okay. Ich sollte mir nicht so viele Gedanken machen und mich heute auf meine Kunst konzentrieren. So, jetzt kommt dieses schreckliche, hässliche Bild. Machen wir jetzt weiter. Ich finde das so cool. Das ist so cool gemacht. Fast fertig. Warum fühle ich mich so unmotiviert? Naja, jeden Tag eine Fläche ausfüllen ist halt schon echt auch anstrengend. Das ist halt schon sehr viel Arbeit. So. Fertig. Aber ein bisschen was muss noch überarbeitet werden. Wahrscheinlich male ich jetzt so ein finales Bild und schenke ihm das, oder? Das endlose Prasseln des Regens auf der Straße ist wie ein Lied ohne Worte. Ein rotes Band. Sehr auffällig. Oder? Sehe das nur ich so. Der plötzliche Regen zwingt ihn, seine Termine über Bord zu werfen, um Schutz zu suchen. Da kommt die Malerin. Sie macht sich Sorgen um ihre Farbe und sucht Schutz vor Regen. Dann haben sie sich hier getroffen wahrscheinlich. Beide finden unter demselben Schild Zuflucht und begegnen sich zufällig. Wie romantisch. So wie es jeder sich wünscht, ne? Sie sehen sich an und lächeln. Dann beginnen sie während des Wartens über dies und das zu reden. Sie sehen sich an und lächeln. Na genau, da beginnen sie während des Wartens über dies und das zu reden. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Sie reden selbst dann noch, als die Sonne rauskam und merken nicht mal, dass es aufgehört, da zu regnen wahrscheinlich. Ah. Was wird als nächstes geschehen? Na, Thema Krankheit bestimmt. Bitte nicht. Die regengraue Straße. Die Katze wieder, oder? Oh, es ist cozy. Oh je. Ist alles okay? Ich glaube nicht. Oh shit. Hallo, geht es Ihnen gut? Genau, erstmal den alten Mann zeichnen. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte schon. Was ist passiert? Okay, Licht an. Ich sehe nichts. Vielleicht sollte ich zuerst das Licht einschalten. Das Licht ist nun an. Nun sehe ich wieder was. Hier, die Tür ist verschlossen. Von innen kriege ich sie nicht auf. Ein Teil eines alten Fotos. Aha. Was ist passiert? Jemand hat das Originalbild übermalt. Ey, ist gruselig. Oh, da ist eine Tür. Und ein Code. Da können wir also rein. Alec. Ah, wie heißt die denn nochmal? Amber, ne? Oder, wahrscheinlich ist es aber sein Name, ne? Es wird jetzt nicht Amber sein. Es war Amber. Amber, das ist ihr Name. Aber warte mal, bevor ich da jetzt reingehe. Okay, unter dem Teller wurde etwas hingekritzelt. Grüne Pfeile, bedeuten die irgendwas? Hm. Okay. Wahrscheinlich bedeutet... Wieso wurde hier alles kaputt gemacht? Hier ist wieder was. Rot. Hoch, runter, runter. Ah, das ist ein Code. Das ist ein Code. Das ist also... Hier steht J. J, aber verkehrt herum. Irgendwas fehlt. Das wurde auch alles übermalt. Geschmolzen. Hier ist wieder was. Hoch, hoch, runter. Passette ist weg. Hier ist... Hier ist... Wieso erinnere ich mich nicht an mein Passwort? Ah, jetzt geht's auf einmal. Okay, das heißt, wir brauchen ein Passwort. Hier ist nochmal was. Auf Notizpunkt finde ich blaue Pfeile. Unter, hoch, äh... Rechts, hoch, links. Ah, Punkte in verschiedenen Farben. Ähm... Ach, okay. Die muss ich jetzt alle verbinden. Aber wäre es nicht erstmal schlauer, in die Tür zu gehen? Oder war das mit Amber jetzt wirklich ernst gemeint, dass das... kompliziert sein sollte? So. Gucken wir mal hier. Das ist einmal... diagonal... Also, nach links, hoch, rechts, links, runter, rechts. Links, hoch, rechts, links, runter, rechts. Das heißt, eigentlich muss ich von dem Punkt ausgehen, oder wie? Wenn ich das falsch verbinde? Ah, dann... Oh! Ach so, das macht die automatisch. Ja, dann... Okay. Ähm, das waren also Punkte, die ich verbinden muss. Wie war denn nochmal gelb? Äh, gelb war... hoch, hoch... und dann nach rechts unten. Also auch wieder eine Eins. Das ist der Code, ne? Das ist der Code für... mein Passwort. Und was war nochmal... der Toaster? Ne, blau brauchen wir noch. Blau ist ja hier. Runter... rechts, hoch, links. So. Runter... rechts, hoch, links. Ja, lol. 1, 6, 1, 8. Das ist mein Code. 1, 6... 1, 8. Enter. Ah, Barb. Ready to print. Ich habe mich angemeldet. Eine Nachricht zum Drucken. Ich drucke mal aus. Okay. Drucki, Drucki. Wo ist mein Drucker? Ich habe bis jetzt noch nicht einmal einen Drucker gesehen in meiner Bude. Oder ihr? Ah, hier. Ein Bild. Ich glaube, die hat in meiner Bude gewohnt, Leute. Ob ich es will oder nicht. So, ich habe gedruckt. Jetzt haben wir noch das hier hinten mit Jay. Aber ich würde jetzt sagen, wir gehen mal in die Tür rein, oder? Aber ich habe Angst bei der Tür jetzt irgendwas, was kommt. Und dann ist das Ende vorbei. Fenster wurden wohl vernagelt. Ich sehe nur die Maserung des Holzes. Ich bin echt tiefentspannt dafür. Jay, irgendwas fehlt noch. Es ist verkehrt herum. Okay, dann gehen wir aber mal jetzt dann einfach rein. Vielleicht geht es ja da weiter. Okay, ach, das ist der Raum. Wo bin ich hier? Was sind das für Bilder? An den Wänden hängen unzählige Bilder. Sie sind so hoch, dass man die Decke nicht sieht. Das ist ja gruselig. Ich schaue vor, du schläfst in so einem Raum. Das ist ja furchtbar. Okay, was haben wir hier? Das ist doch ihr Raum. Ein Puzzle mit geometrischen Formen. Vielleicht finde ich in diesem Zimmer ein paar Hinweise. Ein Hinweis, ein Hinweis. Eine Kitty Cat. Die Bilder alle. Okay. Hier auch. Das ist das Bild namens der Mann und die Frau auf der Straße. Das heißt, das muss ich ja gelb malen. Und das ist rot. Sieht gut aus. Und die Sonne war gelb. I remember. Voll schön so. Richtig schön. Ich bin froh, dass es deiner Katze gut geht. Habe nicht erwartet, dass sie gar so weit springt. War übrigens nett, dich kennenzulernen. Amber. Ja. Das ist die Wohnung von Amber, in der wir jetzt drin sind. Flower Kreis. Der Regen hat sie zusammengeführt. Vielleicht würden sie in diesem Moment am liebsten die Zeit anhalten. So, hier muss doch auch irgendwas hin. Was fehlt hier denn? Was fehlt hier denn? Ist hier nicht irgendwo eine Pflanze? Das muss ich mir nochmal genauer anschauen gleich. Was ist das hier? Mein Kassettenrekorder. Hoch oben hängt da ein Bild von meinem Kassettenspieler. Da kann ich nichts machen. Okay. Das hier. Das ist das Bild des Sonnenblumen. Fehlt da nicht irgendwo was? Da fehlen doch Blätter, oder? Hier fehlt doch noch eins. Und hier oben. Und? Wo noch? War da oben nicht noch eins, was gefehlt hat? Nö, dann habe ich noch... Ah, nee, da fehlt noch eine. Yes. Sieht gut aus. So. Da kommt jetzt wahrscheinlich auch wieder irgendwas raus. Ich bin endlich fertig damit. Habe mich von diesem Ort inspirieren lassen. Würde so gerne wissen, was du davon hältst. Treffen wir uns bei mir, Amber. Diese vertrauten Sonnenblumen, die sie gemalt hat. Okay, jetzt kommt die Kitty Cat. Dieses Bild trägt den Namen Katze. Es ist die Katze, die uns beide zusammengeführt hat. Okay. Katze ist ja... Hier das Auge. Und das und das ist... Okay, welches Auge war es nochmal? Das hier muss dann, glaube ich, gelb sein. Yes. Und das muss auch gelb sein. Und der Schwänz auch. Oh, nee, doch nicht. Oder nur der Ass. Ach, nur ein Teil des Schwanzes. Okay, let's go. Yay. Auch so ein Heft, wo ich alles reinmale. Ja, aber man macht's ja nie. Wie schön, dich an diesem Regentag kennengelernt zu haben. Einen Freund zu haben, der dieselben Interessen hat wie ich. Wir sollten mal gemeinsam zeichnen. Diese asymmetrischen, weiß-orangenen Muster. Die Katze war da, als sie sich zum ersten Mal trafen. So, jetzt brauche ich noch das hier. Aber da weiß ich nicht, was da hin muss. Deswegen gehe ich mal kurz nochmal raus. Voll geil, wenn du einfach in deiner Wohnung so einen extra Raum auf einmal findest. Was fehlt denn hier noch? Hier, die roten Tassen. Das grüne. Rote Tassen oder grüner Buschi. Mal gucken, was ihr sagt. So, was fehlt hier denn noch? Die grüne Pflanze. Ach, ein Bild ist hier noch, ne? Aber welches? Jetzt ist es vollständiger. Hm. Und was muss da noch rein? Okay, und waren hier die roten Tassen. Aber es ist vollständiger. Es ist noch nicht fertig. Teekocher. Aber ist der Teekocher überhaupt dort? Toaster, Teller, der ist ja hier. Lass uns nochmal gucken. Stimmt, ich habe hier ja gar keinen Reward bekommen, ne? Da fehlt ja noch was. Hier fehlt ja noch irgendwo ein Blatt. Fehlt noch irgendwo bei der Sonnenblume was? Bin ich blind? Fehlt hier nicht noch irgendwas? Nö, ist doch alles da, oder? Aber habe ich dafür überhaupt was bekommen? Ich glaube schon. Ja, habe ich. Oder? Sonnenblume ist fertig. Hast du was bekommen? Okay. Gut, gut, gut. Äh, so. Dann lass uns mal gucken. Was fehlt hier denn noch? Diese Dinger hier vielleicht. Hast du ja da ein Bild hingemacht? Oder ist hier irgendwo ein Bild, was da noch hin muss? Weil hier, das weiß ich ja auch nicht. Oben hängt ein Bild im Kassetten. Ich brauche hier bestimmt eine Leiter. Achso, okay. Kann ich da auch das hin machen? Kann ich es auch blau machen? Oder muss es grün sein? Ne, es muss grün sein. Das war schon richtig. Das heißt, ich muss einfach nur die Dinge ausfüllen, die hier sind. Also hier ist ja auch noch irgendwas, oder? Aber was? Wo ist hier noch was? Oder ist da ein Spiegelei drauf oder so? Oh. Grüne Pflanze, Pfanne an der Wand, Tee koche, Gewürze. Hm. Ich werde nicht schlau draus. Wir gucken nochmal. Es muss ja irgendwo noch welche Hinweise geben. Hm. Das Bild und die Figuren sind verschwommen. Warum sind die Sachen eigentlich nicht verschwommen? Oh, hier ist ja gelbe Farbe, ne? Was ist eigentlich mit dem Bild? Habe ich das gemalt? Das sieht genauso aus wie das auf dem Foto. Achso, da weiß ich ja, dass der Kreis auf jeden Fall blau ist, oder? War der Kreis nicht blau? Okay, das kann ich noch nicht machen. Wow. Warum ist denn hier die Farbe so? Weird. Da sage ich nichts dazu. Da auch nicht. Hm. Hm. Auch geschmiert? Das ist auch. No, Razziel. Danke für das neue YouTube-Video. Das kranke Body-Image der Männer hat mir echt geholfen, ein paar Dinge zu überdenken und doch nochmal zufrieden mit mir zu sein. Ach, das freut mich so. Sehr, 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 sehr gerne. Das ist richtig lieb von dir. Dankeschön. Das freut mich sehr. Oh, da ist ja nochmal das genau. Vielleicht müssen wir hier weitermachen. Wir wissen auf jeden Fall, dass der Kreis... Achso, wir können das in Farben umändern. Was habe ich denn noch? Ich habe doch noch... Äh... Irgendwo hier noch ein paar Sachen erhalten. Was sind denn... Genau, wir haben... Ach, wir haben das ja. Rot ist das und das ist... Okay, das ist rot. Und das war dann gelb. Oh yeah. Auf die Nachricht wurde verschiedenfarbige Formen gemalt. Die zwei Personen geht es hier um sie. Ah, jetzt habe ich auch das. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Dann hätten wir das erst lösen müssen. Dann können wir nämlich jetzt das finishen. Also, da ist nämlich einfach nur das Bild mit weiß und gelb. So. Let's finish it. So. Weiß. Und gelb. Yes, we did it. Ich kann den Ton gerne lauter machen. Meine Küche hat doch anders ausgesehen. Vielleicht sollte ich nochmal einen Blick drauf werfen. Aber wieso? Meine Küche ist ja nicht meine. Ist hier noch irgendwas anderes? Hm. Vielleicht die Gewürze. Die Teller sind blau. Sind sie hier aber auch? Oder muss ich die jetzt mit meiner Küche jetzt vergleichen? Ich glaube, ich glaube, ich weiß, was sie... Hä? Aber warum ist das so? Das ist ja voll gruselig. Ich würde mal sagen, logischerweise Schirm. Katze. Die Katze. Die Katze ist ja hier lang gesprungen. Und hier oben. Die Zornblume. Die Bilder und Formen in den Nachrichten zeugen von verschiedenen Ereignissen. Was ist mit ihnen passiert? Nein. Das bin ja ich. Das bin ja ich. Oh mein Gott. Nein. Eine vertraute Szene mit einem... Oh nein. Ich bin die. Ich wusste es. Kassettenspieler. Ist das das Bild, welches hoch oben an der Wohnung hängt? Oh Gott. Jetzt hätte ich richtig Schiss. Ein altes Foto. Das auf dem Foto bin ich. Aber warum wurde es aufgenommen? Oh nein. Habe ich... Habe ich Alzheimer oder so eine gruselige... Oh nein. Oh je. Habe ich vielleicht Alzheimer oder so? Müssen wir weiß machen. Oder habe ich irgendwie... Gibt es mich nicht mehr? Oder... Wird mit dem Kassettenspieler auch was passieren? So wie mit der Küche? Vielleicht sollte ich nachsehen. Ah. Das ist eine Kassette. Das ist eine andere Kassette... als die, die ich sonst abspiele. Was da wohl für Musik drauf ist. Ist ja gruselig. Das ist... Oh. 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 Male ich da gerade? anymore... Oh. Diese Musik... und diese Aussicht... Ein Mensch, den ich mal sehr gut kannte. Ich frage mich, wie viele Jahre seit diesem Tag verstrichen sind. Hei, das ist ja voll schön, das Game. dieses fenster führt das dort rein wo ich glaube ja ich habe hier oft gearbeitet unsere zufallsbegegnung kaffee wurden langsam zur routine wir haben hier haben wir zuflucht vor dem regen gesucht hier war unser treffpunkt hier ist uns das passwort eingefallen ach weil ich das lieb voll schön gemacht die musik auf der weißen kassette ist meine lieblingsmusik wie konnte ich das nur vergessen wow erinnere mich an die aussicht durch das fenster wie geil wow schön es ist schön hier hat haben er und ich viel zusammen gemalt mit der zeit wurde das mein lieblingsort süß das ist so süß gemacht ey wahnsinnig cute das ist der ort jeden noch so kurzen augenblicks den ich verbrachte ich wollte jeden einzelnen malen aus jetzt habe ich das bild das ist die letzte und wichtigste farbe lila das letzte bild das habe ich noch nicht fertiggestellt okay dann lass mal gucken hier war das einmal lila so das ist grün das ist lila alles hier ich habe die gemeinsame zeit und die kreativen momente mit dem moment mit ihm wirklich genossen okay dann haben wir noch geld dann haben wir hier noch blau da hinten und dann haben wir ob da hinten war auch noch blau hier oben war noch blau so und da hinten war glaube ich noch grün und das blieb glaube ich alles einfach weiß so und dann hatte ich glaube ich den kreis war blau ne rot weiß rot und gelb no es ist gut cute und traurig Ich erinnere mich, dieser Tag, dieses Lied Ich habe ihn eingeladen, um ihm ein Bild gezeigt, bevor ich nach New York ging Oh, es klopft an meiner Tür Jedes Mal, wenn ich die Tür öffnete und ihn sah, musste ich einfach lächeln Wir redeten über unsere Arbeit und teilten, wie sonst auch immer, unsere Träume Meine Arbeit wurde angenommen Oh, das ist ja traurig, weil ich gehe, ne? Herzlichen Glückwunsch Jack Oh, jetzt habe ich seinen Pinsel Mein Lieblingspinsel, Jack heißt er, jetzt haben wir seinen Namen Den kann ich jetzt unten wahrscheinlich eingeben, oder? Jack Ah, danke, Likey Die Frage Sehr gut Die Aussicht aus dem Fenster und die Geräusche von draußen ändern sich plötzlich Oh, wow Sie wurden alle in die Ausstellung gepackt Schön Nooo Ach, das bin ich als alte Dame da hinten Ach, also ist er gestorben, oder wie? Oder bin ich nach New York gegangen und habe ihn zurückgelassen und dann Ach, süß Oh, da lebe ich ja doch noch Wird Zeit, dass ich mich auf meine Kunst konzentriere Ich werde die schönsten Landschaften malen Was meinst du, Jack? Oh, ist das süß So war es doch nicht, Jack the Ripper? Nein, zum Glück nicht Jack the Stripper Oh, was für ein schönes Game Um Gottes Willen Das war ja durch und durch einfach nur wundervoll Wahnsinn Oh Was für ein tolles Spiel Also wirklich Vom Zeichenstil, wie es einen durchführt Bis hin zur Coziness und Geschichte Super, super, super cute Echt Und es zeigt mir wieder Ich habe so Bock auf Malen Ich glaube, ich gehe am Wochenende in die Stadt Und hole mir wieder ein paar Leinwände Ein bisschen Farbe und Pinsel Und mal einfach mal drauf los Ich habe richtig Bock Richtig geiles Game Design Mega, mega toll Und deswegen sage ich ja immer, Leute Schaut auch mal nach Games Die ihr vielleicht nicht auf dem Schirm habt Einfach nur, um sicher zu gehen Mal zu gucken, wie sind die bewertet Vertraut den Leuten Weil solche wunderbaren Games Gehen sonst einfach unter Also das Spiel ist ja ultra toll gewesen Ähm Ja Ich bin wirklich sehr begeistert Und auch dieses Outro hier Wie süß, dass man noch sieht, wie sie weitergemacht hat Mich würde es halt jetzt interessieren Vielleicht wisst ihr das Ist es jetzt so, dass wir ein Paar gewesen sind Erst gestorben Oder bin ich nach New York gegangen Und er ist jetzt gestorben Und es war irgendwie eine Liebe Aber ich habe mich für New York entschieden Und dann haben sich unsere Wege getrennt Wisst ihr das vielleicht? Wie kann man das interpretieren? Also ich glaube tatsächlich Dass ich einfach weiter studiert habe, oder? Oder Ach Ja, das ist ja mein altes Ich, ne? Ja Ich habe einfach durchs Fenster geschaut Hatte sie nicht einfach Alzheimer? Ich weiß es nicht Nee Ich glaube nicht Also ich denke, du bist nach New York Und dann habe ich ihn in der Ausstellung gesehen Und habe gesehen, dass er halt gestorben ist, oder? Wir werden es nie erfahren Aber ich bin gespannt auf eure Interpretation Sehr, sehr tolles Game Ein tief verborgenes Geheimnis hinter dem Rahmen Was für ein schönes Game Wahnsinn Also clap Falls ihr weitere solche tollen Games kennt Schreibt es mir in die Kommentare Über den Daumen nach oben Würde ich mich sehr freuen Über ein Abo auch Und wir sehen uns bei den nächsten wundervollen Games Das war ein wundervolles Spiel Hat mir sehr gut gefallen Und ich bin absolut begeistert Ich hoffe, ihr auch Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Tschüss